Meine Güte! Alter, Alter! Ich treff gar nichts! Heute geht's mir schon wieder mal. Ja, ich war ja schon. 5 Minuten in Wien. Du treffst schon. Jetzt müssen wir anfangen, gell? Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jump League. Ich habe einen ganz special Gast dabei. Nein, ich bin nicht da! Ich bin nicht dabei! Hallo, ich bin Angelli. er und eine freundin von uns besuchen uns in wien ja ich möchte anmerken dass deine maus und deine steuerung voll für den arsch ist und ich ist denn das für eine map ich kenne die doch nicht einmal wie soll ich da spielen ja wieso das modul ist meins wir machen die totale katastrophe was die kiste aus der kiste kristin grämer ja zwei bürgen zwei schwerter bestens erst brüste ich später aus dem stil ball mal nur als fährt ja gut also wenn man auf der mittleren maustaste sprinte man konnte nicht mehr helfen also er tut sich ein bisschen schwer wieso und scheiße ja das mausbild ist doch von gesicht meine neuen möglichen beleidigung an die gestern wirst du probieren na ja das ist ja kein schwerer sprung ja die leiter da ist einfach in der asche es geht schon oi jump and run skidat gar nicht fuck you schreibt boom bohrgott wechsel was brauche ich eigentlich Kopfhörer keine ahnung uhrmüsel wir haben uns halt gedacht wir wechseln uns nach dem modul ab erst du wo bist du da bist du okay springe ich in die richtige richtung huu erst muss ich da auf dem leiter oh ich hasse leiter ahahahahaha das geht einfach nicht ich hasse leiter spielen wir so selbst du hast ja die fuw auch so eingestellt so krass du hast die kiste verpasst du Hame wo ja keine ahnung wenn wo irgendeine kiste schon sei oder da ist nirgends wo ne kiste da fuck aber du hast das mutter nein moment ist das ein jumpus oder ein checkpoint das ist das ist ein checkpoint ey dann müssen wir wechseln ahja du bist echt das so einfach ote oh ja ok ah toll hm ich hasse an was hauptsache bei anlage gekunst aber nimmer sprinten ja muss wurscht sein schaffst du es trotzdem nein nein das schaffst du nicht aber wir sind nicht letzter ganz what the fuck wir sind nicht letzter ja sprinten ist nicht auf ströcke ja ich wollte schiff drücken da ist eine kiste schau wir haben jetzt schon fette ein scheiß ja genau super hauptsache parox ist auf 2,40 schon ja aber vorher auf 1,60er ja aus dem haben wir eine challenge dafür rasten rum überhaupt zu springen da schon ja ja modul 1 ist hart oder da hängen einfach 2 rum bei modul 1 da vorne da anders bei uns spring einfach ja 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 ich hasse leertasten oder ich muss schon sagen also ich weiß ja dass man die tastatur von dir als immer wie du es hört und ich weiß es auch warum ja die ist ja nur laut dass ich tun ja geil schon die schuhe auf was hast du bitte wegwerfen cool warum geht es los wenn ich weh und eine leertasse spamme hast du das gute schwert weg geworfen wir haben kein gutes schwert okay außerdem haben wir zu ja es geht ja noch 2 versuche sonst muss ich wieder spielen du verkackst doch die leitersprünge schon ja aber den verkack ich nicht und den verkack ich keine ahne ja ja das ist bei mir aber ich habe immer so ich war kein körper mit den letzten das ist echt nur scheiße ja ja also pass auf du kämpfst jetzt schon um den letzten Platz es ist wohl gut echt jetzt ja ja weil ich nicht mal anders daran das ist ja ich auch gut äh ich hasse leiter sprünge was soll ich machen das ist die sprunger verkackst du erst aus dem muss man muss dir echt einmal so eine decken so eine lampen dahin stellen also wie sie haben ja ich bin eh super beleuchtet dein Gesicht ist einfach nur rot und einseitlich beleuchtet ja muß so komm ich denn da ahm ich komm noch nicht hin ich sag dir was ist ich muss jetzt den sprung finde ich springen oder was ich bin so scheiße in jumplings kannst du dir nicht vorstellen ich hab schon mal einen rundig wunder ja kam ja auf den kanal ja die kam glaube ich auf den kanal oder hauptsache ich bin besser ausgeleuchtet als du aus der position was soll der scheiß ja das ist das ist das gehört so also okay jetzt an alle er sei nicht besser in dem part hier heißt ich schmeiß den pc aus dem fenster das gibt es hier nicht so mach das jetzt was wieso mach das jetzt diesen scheiß sprung was soll ich denn jetzt hat hier krack wow wow what the fuck mittel taste ja ich drücke ich doch eh schon aaaaaaah oh den sprung mache ich wieder nein den sprung mache ich jetzt nicht mittel taste hey ich habe den jackpot erreicht ich habe den jackpot erreicht wieso der part muss doch eh nicht machen oder eigentlich nicht eigentlich nicht eigentlich nicht gell aber ich ich habe Part design ja genau Anlage geht ja du hast aber kurz spiel aber Hauptsache jetzt hast du nur mal sie und nicht einmal ein spiel händnis gedöhnt wo muss ich hin ja links eh da oder da ist eine kiste schau schau dir das an diese op sachen es ist nicht op aaaaaaah aah 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 ach das ist ich kann wegkringen was heißt das kriegen wir noch du kannst nicht wegrennen ich kann wegrennen schau wo du hielt schaust funktioniert wir sollten was essen wir hatten doch kettenboots die hast du mit kuh weggeworfen die haben die gleichen schutzwert der hat eine eisenbrust ist doch wohl ja aber ich kann nicht ich kann schlecht also man kann wechseln durchgedrückt damals hast du erst natürlich was macht die da unten wieso wieso ist es eigentlich nicht weil ich die rase mit sprinten beschäftigt bin weil ich kann zu den spielen die durchspielte aber vernünftige tasten ja genau roten ja ich hab nix anders kommt da jemand ja da kommt jemand ja er ist ich regeneriere immer noch hin wir sind besser als wenig kraft opa la er hat erst jetzt tot erfolgt was was ich bin dass er mit doppel wie das kuni wenigstens schaust du hast in dir was ein spieler hinter mir wenn die kiste da war eine kiste hier ja du wirst spielen ja schon wieso habe ich denn die kopfhörer angehabt ich werde nix ok so jetzt bin ich nur was ist das 4 ich muss das machen kompass ich kann nicht sagen das ist ja das ich mache einfach nur irgendwas ja du musst während du alles aufschwertigst du bleibst du bleibst sitzen gute idee muss muss gehen muss an die spieler ab danke ich würde ich höre was so mein gott wer so ein spieler okay mission wer kommen mission ein kill wenigstens so gut das war vielleicht nein nicht den richtigen doch was könnt ihr den auch gleich besser 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 geht nicht das war jetzt eine folge jump league mit dem piste da es kommen kommen wir sehen auch ein blog von uns und so irgendwas vielleicht nehmen wir in ein paar tagen noch mal was anderes auch vielleicht super smash mobs dass wir ich habe eine idee wir spielen ich spiele eine runde mit spinne und kill alle und wer schneller ist und du machst eine runde mit golem an wer schneller ist ja okay das kann man ja leicht umstellen das war eine runde von jump league bleibt bis zum nächsten mal und ciao tschüss ich geh mich jetzt erheben tschüss ich geh mich jetzt